Was ist unser Markterfolg? Unser Markterfolg basiert auf weltweiter Präsenz, unserem Applikations-Know-how und Technologieführerschaft. Diese Stärken werden wir weiter ausbauen. Unsere Branche steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Immer strengere Abgasgesetzgebung, wachsende Anforderungen an Produktivität, Energieeffizienz, und Sicherheit. Was bedeutet das für die Entwicklung der mobilen Maschine der Zukunft? Wir bei Bosch und Bosch Rexroth wollen Veränderungen aktiv gestalten. Wir sehen folgende Entwicklungsschwerpunkte. Effiziente elektrohydrauliche Lösungen, die Automatisierung, Fahrerassistenzsysteme, Connectivity und die Elektrifizierung. Hier auf der Bauma präsentieren wir unsere Highlights. Besuchen Sie unseren Stand, treffen Sie unsere Experten, entdecken Sie mehr.